Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jürgen, Krebs und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint ich das also, Decker? Dann bin ich derart mit Belogen! Jederart mit Belogen, so lange es ist! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haus, nie das verrestliche Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nichts als Feiglinge! Verreißer und Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist... Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser ein Klau behält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hinget! Es hat mich jeden nur als Schicksal... Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan! Von Jahren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich zu verraten und betragen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt dem deutschen Volk! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufe in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Alle Befehle sind in den Wind gesprochen! Aber es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, öffnen Sie sich, der Volk ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Dann sehen wir uns einmal zu Ende. Vielen Dank.